Halt, ich stehe da! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, geil. Vielen Dank. Hey, bei Tante Emma im Aldi-Laden um die Ecke, da gab es keins mehr. Ey, ich hatte Hunger. Was soll ich denn machen? Und wenn ich schon einem meiner besten Agenten einen Auftrag gebe, mir mal Mittagessen zu besorgen, dann würde ich es nur Ihnen auftragen. Sie können mich mal am Arsch lecken. Hallo, geht's Ihnen noch gut? Sie sind die beste Agenten, die ich habe und Sie könnten sich geehrt fühlen, mir mal Mittagessen zu besorgen. Jetzt reicht's aber... Jetzt reicht's aber... Ja, ich weiß, dass es eine Ernst-Laden ist. Los! Das muss man jetzt einfach machen. Hey! 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 So... Look! Shit! Halt! Stehen bleiben! Jetzt kommt die Polizei! Hey! Komm her! Ich weiß, wo du steckst! Ich werde nicht fehlen! Hey, bleib stehen! Hey, bleib stehen sofort! Hey, bleib stehen! Hey, bleib stehen! Hey, bleib stehen! Jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich! Halt! Stehen bleiben! BOOM! BOOM! GEME! 3! 3! 1! 2! 2! 3! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020